Was ist denn, wie die Tatschen halbwegs funktionieren? Vor allem, weil das weiß ich nicht. Rechts oben ist eine Karte. Da siehst du dann immer ein Rufzeichen, wenn du was zum Erledigen hast. Da gehst du dann am besten hin. Das ist voll scheiße, wenn man keine Tatschen hat. Dann weißt du nicht, was du machen sollst. Ist das dein Post oder was? Was ist mit der Helle? Die steht in der Kaffedrie. Die schaut gerade auf der Sapa-Tasch-Garten. Die schaut gerade How to Among Us. So, das ist dreifach Stand-Video auf YouTube oder was? Ja genau. A few moments later. Hä? Was? Und dann Angel. Flo und ich haben es gefunden. Ja. Ich wollte gerade ein Astro-Interschießen. Ich habe einen gerade von Navigation. Wollte gerade ein... Äh... Äh... Wie heißt's? Storage. Wollte gerade gehen. Ich wollte gerade mit der Ria zurückrennen und habe einen Shooter gesehen. Also ich hab mich gerade gekriegen. Also ich war in der Security und habe auch in die Kamera geschaut. Ich war kurz vor der... Ähm... Wieso hast du Zeit, dass du in die Kamera schaust, wenn wir Stasch machen müssen, Daniel? Weil ich in der Hoffnung war, dass ich irgendein da werde erwischt. Schaut's raus? Irgendwenn. Wen, wen aus dem誓enn? Daniel! Ich merch schon mal, ich werde schon irgendwas abziehen. Ja ich bin Sisu. Für Fütterp improvements. Wie's gibt's? Germans Sasha him. vender und die HeIF lebt! Anschiessen! Anschiessen? Head przeci minister zum Impost dus! Weil ich es nicht rein! Scheisse! Damn it! Hey! Ohne Scheiße, nicht auf der Fitschein. Was passiert leider hinter? Ich weiß nicht mehr... Ja, dann machen sie es mir so. Okay, wo ist der jetzt, Kling? Eich, ja, ich glaube, dass die Helmi ist. Jetzt ist man gerade entgegen, klar von... Moment, ich muss erst schauen, wie der Raum heißt. Weapons. Ja, ich meine, wir sind noch... ... oder du Kullostest. Der Stefan ist auch immer recht schnell mit dem Hatsesasse. Im Navigationsraum liegt der Thomas und die Heli ist mir entgegengekommen, wie ich gerade auf der Grenze bin. Wofür Raum? Hatsesasse. Navigations. Nein. Nein. Ich bin für Heli, ja. Und Stefan ist auch... Stefan ist auch sehr, sehr verdächtig. Ich werde es nicht mehr... Ich werde es nicht mehr... Ich werde es nicht mehr... Hä? Du kannst gerade schauen, ich weiß es nicht und du... Ah, schon. Ah, Tele. Ah. Viel Leid. Ach, neeeeee. So, ich bin fertig. Ich weiß jetzt nicht, wer der Zweite ist. Vorbei, ich bin für den Schuh da. Ja, ich bin auch für den Schuh. Ich werde sicher den eigenen Ding aussehen. Aber Stefan aussehen. Ich werde sicher den eigenen... Was? Ich werde sicher den eigenen... Ich werde sicher den eigenen... Wenn der eine schon ausgedacht worden ist. Ich werde sicher einen eigenen E-Post-Kollegen aussehen. Ja. 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 Taratia, wenn das... Du siehst wie Kalkmeter zu tauren. Ja. Taratia. Ding Tele. Herrlich. Ja, ich stelle dich so... Ja. Wobei der Deb Zera ist ziemlich ruhig. Ja, stimmt allerdings. Ich hab nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu tun, weil ich bin fertig mit meinen Tasks. Jetzt tue ich nicht einmal beobacht. Ja, aber vorher hast du auch gar nichts gesagt. Katzen aussehen! Ich hab keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Also Mika hat mich weder umgebracht noch sonst irgendwas, wie ich zuerst mit dir greift bin. Also ich kann es nicht so. Leider fliegt ja keiner. Scheiße. Die Faktenlage ist mir zu tun. Die Faktenlage? Okay. Jetzt aber. Ich brauche mehr Details. Fritz, hast du auch schon aufgekommen, oder? Ja, ja. Ich weiß schon mal nicht. Ja, Fritz, gut. Hört sich auf. Der Opa war's. Der Opa war's. Der Opa war's. Der Opa kann's nicht weg sein. Da wo es gibt.